Musik Als ich vor nunmehr 30 Jahren in den Bund der Freimaurer aufgenommen wurde, erfüllte mich das mit großem Stolz und großer Freude. Glaubte ich doch nun, einem Bund von Männern anzugehören, die ethische Werte wie Wahrheit, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Mut und nicht zuletzt Brüderlichkeit als ihr höchstes Gut ansehen würden. Tatsächlich lernte ich auch viele Brüder kennen, die diese Werte wirklich lebten und noch leben oder zumindest danach streben es zu tun. Auch wenn heute nach wie vor eine ganze Reihe von Brüdern diese Ideale im profanen Leben umzusetzen sucht, so ist doch die Freimaurerei im Allgemeinen so scheint es mir nicht mehr dieselbe wie vor 30 Jahren. Hochmut, Arroganz, krankhafter Narzissmus, Selbstgerechtigkeit, Lüge, schamloser Betrug, zugleich Feigheit und Ignoranz haben vielerorts Einzug gehalten. Oft sind es nur Einzelne oder weniger, die sich eines solchen Verhaltens schuldig machen, doch, wie es so schön heißt, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Klar gesagt werden muss auch dieses, die Schuld für diese Zustände trägt nicht die Freimaurerei, diese wunderbare, geheimnisvolle, jahrhundertealte Lehre voller spiritueller Kraft und verborgener Wahrheit. Die Schuld tragen Menschen, Brüder, die in falsch verstandener Toleranz, aus profanen materiellen Überlegungen heraus oder auch einfach nur aus Naivität die Tore des Tempels für jene geöffnet haben, die man von vornherein hätte als unwürdig und ungeeignet erkennen müssen. Die deutsche Freimaurerei ist heute aus gesellschaftlicher Sicht in völliger Bedeutungslosigkeit versunken. Allein ein Vergleich nackter Zahlen offenbart dies schonungslos. Frankreich ca. 200.000 Freimaurer, England ca. 250.000 bis 300.000 Freimaurer, Deutschland gerade einmal 15.000 Freimaurer. Wer schon etwas länger dem Freimaurerbund und hier speziell der Großloscher AF und einem angehört, wird sich an die Diskussionen um das Ziel 10.000 erinnern. Dabei ging es wohlgemerkt nicht darum, weitere 10.000 Mitglieder aufzunehmen, sondern nur eine Gesamtzahl von vorher ca. 9.500 auf 10.000 zu erhöhen. Auch diese geradezu lächerliche Zielsetzung ist längst Geschichte. Woran liegt es nun, dass die Freimaurerei in Deutschland nicht mehr in die Pötte kommt? Gern begründet man das Missverhältnis zu anderen Ländern mit dem Verbot der königlichen Kunst in der NS-Zeit. Doch jedem wird heute, 75 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus klar sein, dass diese Begründung allein nicht stimmen kann. Als damals, vor 30 Jahren vielleicht der Jüngste, mit Sicherheit aber einer der Jüngsten neu aufgenommenen, erinnere ich mich sehr gut an die Aufbruchsstimmung nach dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR. Noch einmal keimte die Hoffnung auf, mit der Wiedervereinigung des Vaterlandes auch eine neue Blütezeit der königlichen Kunst zu erleben. 17 Millionen Menschen waren auf der Suche nach neuen Werten. Und so war es, um ein Beispiel zu nennen, geradezu folgerichtig, dass auf eine Zeitungsanzeige der hannoverischen Loge Friedrich zum Weißen Pferd, in der ich dann auch aufgenommen wurde, etwa 800 Zuschriften von, Zitat, an der Freimaurerei interessierten Herren, eingingen. Hier war eine große Chance und viele westdeutsche Logen haben sich auch tatsächlich ehrlich bemüht, diese Chance aufzugreifen, indem sie mit großem persönlichen Einsatz und finanziellem Aufwand versuchten, die alten Logen auf dem Gebiet der DDR wiederzubeleben. Diese wilde Zeit freilich ist vorbei. Auch dauerte es nicht lange, bis ego-bedingte Zwietracht und profaner finanzieller Eigennutz die idealisierten, ehrlichen Bemühungen zu unterspülen begannen. In der Folge richtete sich vielerorts das Augenmerk nicht mehr auf die eigentliche freimaurische Arbeit, die Aufgabe, für wertorientierte Suchende ein Anlaufpunkt zu sein, sondern oftmals nur auf Restitutionsangelegenheiten. Sicher, es gab und gibt große Unterschiede zwischen den Logen und den einzelnen Mitgliedern. Diese Feststellung allein aber kann nicht die Erklärung für die heutige Misere sein. Im Gegenteil, es ist geradezu unsere Pflicht, endlich einmal schonungslos zu hinterfragen, warum die Freimaurerei stetig den Bach herunter geht, obwohl doch ihre Botschaft die ethische Verbesserung oder Veredelung des Menschen heute mehr denn je in die Gesellschaft wirken müsste. Ich nenne einige Punkte. In der Zeit der Aufklärung machten es sich die Logen zur Aufgabe, trennende Standesgrenzen zwischen Adel und Bürgertum zu überwinden. Heute werden die Grenzen zwischen Ober- und Unterschicht, zwischen Macht und Machtlosigkeit, zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft beständig größer. Religiöser Fanatismus, Hass auf Juden, Muslime, im Übrigen auch Christen, nebulöse, irrationale Ängste vor Menschen aus anderen Kulturen sind heute an der Tagesordnung. Die Freimaurerei hatte schon vor Jahrhunderten erkannt, dass das der falsche Weg ist. Ihr Anspruch war es, eine, Zitat, Religion zu sein, in der alle Menschen übereinstimmen. Schließlich und endlich hatte auch im Politischen die Maurerei schon immer eine klare Position. Die Logen sollten friedvolle und geschützte Orte sein, wo, Zitat, ungleiche Gleichgesinnte einander auf gleicher Ebene begegnen könnten. Bildung und Wissen wurden als essentiell angesehen. Wo ist dieser Anspruch heute geblieben? An Credos, böse formuliert Phrasen, freilich mangelt es der Freimaurerei nicht. Man will gute Männer zu Besseren machen. Will Werkzeuge für eine bessere Welt zur Verfügung stellen. Man will, wie es im Ritual heißt, dem Unrecht wehren, wo es sich zeigt. Ja, man will gar eine Verschwörung zum Guten sein, wie es der Titel eines Buches einmal suggerierte. Apropos Verschwörung. Wie jeder weiß, ist es gerade en vogue, jeden, der eine kritische oder auch nur abweichende oder infrage stellende Meinung äußert, als Verschwörer zu titulieren. Schnell ist man mit jedem Vorurteil bei der Hand. Der kritisch Fragende ist dann uninformiert, unzeitgemäß, politisch unkorrekt, bedient sich der falschen Ausdrucksweise oder ist gleich ein Nazi. Wo aber bleibt der freimaurische Grundsatz, sich durch, Zitat, von Vorurteilen befreite Gedanken auszuzeichnen? Wo der Kantsche Imperativ Sapere Aude habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen? Wo bleibt die großartige, Voltaire zugeschriebene Maxime? Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Zugegeben, ein solcher Weg des Miteinandersprechens, des Verstehen, Wollens, ist mühsam, sehr mühsam. Oft wird kein Konsens gefunden, oft geht man müde und desillusioniert aus solch einem Gespräch. Hinzu kommt die Angst, mit dem Falschen zu sprechen. Auch das habe ich in letzter Zeit am eigenen Leib verspüren müssen. Einige Gespräche, die ich aus Gründen, die hier nicht weiter erläutert werden müssen, im Internet mit dem Betreiber eines sogenannten Verschwörungskanals geführt habe, zeitigten zunächst das Ergebnis, dass tatsächlich seitens der Großloge ein Ehrengerichtsverfahren gegen mich beantragt wurde. Ich betone beantragt. Nicht eingeleitet. Noch nicht. Wesentlich schlimmer als diese groteske Posse war jedoch ein anderes Erlebnis. Ein lieber Bruder, den ich namentlich in einem Video auf meinem Kanal benannt hatte, dies übrigens in einem völlig harmlosen Zusammenhang, rief mich völlig aufgelöst an und bat mich, das Video aus dem Netz zu nehmen. Dieses nicht, weil ich etwas Unrichtiges über ihn gesagt hätte, sondern vielmehr, weil er quasi über mich nun mit dem oben genannten Verschwörungskanalbetreiber in Verbindung gebracht werden könnte. Als DDR-Kind bin ich extrem sensibel bei solchen Themen. Ist es schon wieder so weit, dass es genügt, jemanden zu kennen, der jemanden kennt, der nicht der Norm entspricht? Als 1935 die letzte erlaubte Tempelarbeit meiner guten Leipziger Loge im Beisein zweier Gestapo-Beamter stattfinden durfte, waren, so sagen es die erhaltenen Protokolle aus, 29 Brüder anwesend. 29. Zuvor hatte die Loge eine Mitgliederstärke an die 500. Dieses Zahlenverhältnis spricht Bände und es scheint mir auch heute noch ähnlich zu sein. Ich sah und sehe gute Männer mit viel Euphorie den Tempel betreten, einige Jahre später sind sie wieder verschwunden. Suchet, so werdet ihr finden, lautet eine vielversprechende Bibelpassage im freimaurischen Ritual. Viele aber finden nicht, was sie suchen. Salbungsvolle Sonntagsreden und schwammige, nichtssagende Statements sind auf Dauer keine Erfüllung. Insbesondere nicht, wenn in der harten, realen Welt bereits eine ganz andere Musik gespielt wird. Ich erinnere an das Attentat auf die Redaktion Charlie Hebdo. Zwei der Ermordeten waren Freimaurer-Brüder. Brüder, die keine Angst davor hatten, schonungslos für ihre Überzeugungen einzustehen. In den höheren Graden der Freimaurerei ist ein zentrales Thema der Kampf für Gerechtigkeit. Der Neophyt erhält einen Degen oder ein Schwert, mit dem er für die Gerechtigkeit kämpfen soll. Ein Schwert, liebe Brüder, nicht den Dolch des Verräters und Meuchelmörders. Ein Ritter kämpft erhobenen Hauptes, stolz, würdevoll, sichtbar im Licht, nicht feige aus dem Dunkeln heraus. Dazu gehört es, Angst zu überwinden. Dazu gehört es, unbequem zu sein. Dazu gehört es, Leid und Schmerz auch die mögliche Niederlage in Kauf zu nehmen. Es ist besser, so John Stuart Mill, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein. Besser ein unzufriedener Sokrates, als ein zufriedener Narr. Und wenn der Narr oder das Schwein anderer Ansicht sind, dann deshalb, weil sie nur die eine Seite der Angelegenheit kennen. Die andere Partei hingegen kennt beide Seiten. A��이省 Besser 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 Untertitelung des ZDF, 2020